Es ist 20.12 Uhr am 20.12.2012 Ja, ja, das werde ich nur mal gezeigt haben. Diese Uhr ist radiokontrolt, also eine Funkuhr. Das bedeutet, das Ding geht genauso genau wie irgendeine Atomuhr in Nürnberg, verdammt nochmal. Das ist ein ganz besonderer Zeitpunkt, diese Minute. So was passiert das nächste Mal wieder in 88 Jahren und dann bin ich irgendwie 160 Jahre alt. Nein, 116. Aber wahrscheinlich bin ich dann eigentlich nur tot. Das ist schon toll, diesen Moment muss man echt genießen. Noch 15 Sekunden. Und vorbei ist der Moment. Schade, schade. Aber ich kann stolz sagen, dass ich Flensburger Pilsener getrunken habe. In dieses hysterischen Moments. Lecker. Ich kann auch stolz behaupten, dass ich es danach immer noch tue, wenn die Flasche nicht leer war. Ich hätte mal versuchen müssen, in dieser Minute die ganze Flasche leer zu trinken. Naja. Jetzt habe ich ja Zeit zu üben. 88 Jahre lang. Aber ich würde sagen, vorher werde ich erstmal meinen Weihnachtskalender öffnen. Ich habe ja schließlich noch andere Sachen zu tun und morgen muss ich ziemlich früh raus. Das ist ja eigentlich eine Spätschichtblock, aber morgen muss ich zur Frühschicht erscheinen. Weil die Meister irgendwie keinen Bock haben, den ganzen Tag da zu bleiben. So, Weihnachtskalender, der fällt wirklich immer weg, da was dann rein. Yeah, 20. Ja, da ist sie. Direkt hinter der Saare vom Weihnachtsmann. Ja, jetzt kommt. Das ist so, dass ich gleich da bin. Und da drin befindet sich ein Schaukelpferdchen. Gut, sieh. Ey, das Bild passt wenigstens mal endlich. Dahinter ist ein Mädchen auf einem Schaukelpferdchen. Das heißt, ich werde dem Meister das Schaukelpferdchen wegfressen. Und dann packt sie sich voll auf die Fresse. Mua. Ich bin ja so grauen. Raus. Ich sollte aufhören, scheiße zu labern und einfach nur das Schaukelpferdchen aeilen. Das ist irgendwie zu schmal, um mit Milch gefüllt zu sein. Eigentlich kann man nie wissen bei den Dingern. Sehr putzig. Diesen Mädchen musste ich noch nicht mal wirklich wehtun. Also wirklich wehtun im Vergleich zu sonst aber. Es wird trotzdem sicherlich sehr heulen. Jetzt hat es kein Schaukelpferdchen mehr. Ja, und? Ja, das ist leer. Meine Scheiße. Ich muss mehr auf die Fresse holen.